Alles klar, dann bin ich jetzt auch gespannt, wo es hier hingeht. Mal schauen. Oh, BDL, BDL, Spoonlink. Waldhügel. Oh, boom. Rathalos, Notsignal, SOS, tschü. Kommt alle, Asterer. Ey, das haben die nicht gemacht. Das ist so geil, Mann. Ich heul. Wir sind einfach... Ey, nee. Rathalos. Oh, mein. Oh, mein. Nee. Neeein. Römmsel. Oh, mein Gott, wie brutal, bitte. Was? Aber wir uns erst mal befreien, erst mal den Charakter. Ich will nämlich wissen, wer das ist. Ihr merkt schon, ich kann nicht mal reden. Ich kann nicht mal reden. Ich kann nicht mal reden. Ich kann nicht mehr reden, weil ich so unverdäglich bin. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden, aber ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Ich will den erst mal befreien. Oh ne, nicht diese Pilzies. Ah, nicht diese Pilze. Keiner weiß, woher die Pilze überhaupt sind. Aha, was ist jetzt los? Jetzt hab ich ein Pilzi. Ja, was? Was? Wer bist du da? Was? Pikmin. Allerst Pikmin, was ich gespielt habe, war auf der Wii U. Und verdammt nochmal, so ein Spiel hab ich noch nie gespielt. Es hat... Es war echt interessant. Es war echt ein interessantes Spiel Pikmin. What? Was? Was? Oh, wie schnell? Was? Pikmin. Wahnsinn. Das ist der 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 Wahnsinn, du. Was? Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Okay. Das ist der Wahnsinn. 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 Das war nicht der Sommige, ich kann singen, aber ja. Nubayu Sommige Boah, wer tippt da hinten aus da, man? Warte mal, so geht das nicht. Okay, jetzt hab ich das nicht, was jetzt? Nein! Guck mal, kein Sinn. Ah, die Synergy fehlt mit Glurak, die Synergy fehlt mit Glurak. Ist nicht mehr so wie früher, ich merke es, ich merke es. Das ist die Synergy, man, der Zedrümmer fehlt mir so. Das war so ein guter Konter, ey. Mimme, Mimme. Mimme, Mimi, M 적. M 신ny, Muli, Mgn. Fhyzok! Ah, ich muss den Anderen! Oh! Zau mal, warum drehen sich die Charaktere nicht mehr so schnell wie früher? Das ist unglaublich. Die Aua, ich zeige dir. Zelda, es tut mir leid. Nein! Achso, lol. Ich wollte einen Klammbuch machen, aber egal, Pastor. Das ist sehr viel Glied. Idee. Nicht Lügen. Oh, okay. Ich hab mir mehr was, eigentlich. Zelda haben wir jetzt. Herbetrieb, Ultrasmash, olle. Wie krank. Bitte tun nicht, bitte tun nicht, bitte tun nicht, bitte. Jaaaa! Endlich! Englisch! Endlich! 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 Jawoll, ich wusste jetzt, dass ihr mit demnächst bekommt. Hoffentlich haben sie am Tunic nichts geändert. Oh, Tunic wird eskaliert, komm her. Wie schnell die Bombe erstmal selber. Oh, ne. Oh, ne. Boah. Haben das funktioniert oder was, aber alle andere Sachen. Aber alle andere Sachen. Wigit. Keinen Sinn. Gesehen davon ist einfach. Wie. 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 was ich bleibe ich war eigentlich das eiteln werfen ja endlich endlich man geheule nachts wieso drauf gespannt freuen jetzt mich so drauf gespannt was an ihm irgendetwas geändert haben wir zwei tunig in pink online wenn ich wurde ist cool aus und ist auch nett aus und der sieht nett aus es gut ohne spaße endlich endlich treffen wir auch zu lenken aus dem das ist die tüte ich mache ich mache noch nicht guck nicht was was macht weil er war einfach nur die punkte Naja, was soll's? Oh mein Gott Gambi, wie cool, als man ihn zum ersten Mal gesehen hat in Donkey Country Escalation direkt Ja man, Toolik ist immer noch der Alter You know, das Toolik mei Nice Toolik Orenio Endlich, ich hab Toolik sehr oft und lang gespielt Ah, ich find's halt so cool, dass er so agile ist Und das mit dem runter B und runter Smash Das ist geil bei ihm Also mit der Bombe Wenn du die Bombe runter kommst du ja auch hinterher Ist ne geile Kombo Ah, ich bin so auf Raterlos geschwunden Hey Raterlos Oh mein Gott, komm alle Astler der Jungs Schnell Ich hab meine Monster Hunter World Phase Das war so geil, zwei Kollegen haben gezockt Richtig fun gemacht Oh Oh Ah, ist der da Monster Hunter World hat uns schon gebrockt Das war das erste Monster Hunter, was ich so ein bisschen mehr gespielt hab Als die anderen Teile davor Aber mit Freunden bockte sich das übertrieben Tricky Hey Cool wie der aussieht Erzwebe Ja man Ich glaub diese Chucky, die sieht mir aus wie ein Star Fox Charakter irgendwie Keine Ahnung Das hab ich gemeint, die Kombo Und GG Erlebe, die mochte Oma LOL Warte man Oma Ja Haben die sein Oma geändert Ah, oder hatte Tunik gar nicht so wenig Kann sein Kann sein Ich glaub wer hat das Bei dem war's gar nicht so das dreimal ist oder Ich weiß nicht Keine Ahnung Ja, er sagt Tunik main und vergisst man Lange ich hab ihm gespielt vor allem Ich weiß nicht Ich schlange her Aber egal Ich hab ihn Sag ich Ja sag ich Wir haben Tunik Oh jetzt geht's nach Oh mein Gott Oh Gott Ah der Geil Ratholos Oh, knack knack Okay, mal flieg 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 Okay, now this Schläge Die Spam Spam oder Ding oder Dinger Gewonnen Knack krack Nice Ah die hätten ihn ruhig besser machen können Zwei Sterne nur Wie die Ah Ist eine Evolution bei ihm wirklich? Komm her Zu mega knackert, das ist ja insane. Das ist ja ein richtig geiler Move. Knackert, knackert, knackert. Pfff, was? Legit nicht langweilig. Naja. Krass, was? RADALOS! Wohin? Der wird wahrscheinlich letztendlich nach oben links gehen. Alter. Geil ist das denn mit dem RADALOS? Benni, komm an der Olle. Alter, einfach Techno-Mucke. Man da man da man da man. Naja. Man da man da man. Nein Der kann nicht Die haben den gerne bis hin Zur Seite Smash Geht nicht mehr zweimal Ich glaube schon, dass oben Smash auch so war Nein Legit Okay, das ist scheiße Das hat schon viel, das war übertrieben viel aus Das Link zwei Schwertige machen kann Und Tulik will ich mir sicher auch Zwei gemacht Das ist schade Ich sei nicht, ich irre mich gerade total Aber ich bin mir sicher, dass Tulik eigentlich auch Zwei zur Seite gemacht hat Mh, bist du schon nerf Nerf dies? Ja, jetzt guck mal, jetzt geht er hoch Wer macht er das? Wir sehen uns gleich Hast du der Ohje, ohje Nach oben links meint ich Okay, wir haben zu müssen schon alle besiegt Heiß, ich muss eigentlich nur hinlaufen Warum macht er eigentlich von uns ab? Oh lol Arthalos Arthalos, woher bist du? Oh, Junge Bleib doch mal stehen Ohje, ohje Ohje, ohje Ohje, ohje Ohje, ohje Ohje, ohje Ohje, ohje Hä, ist grad nicht dein Ernst Warte, Mann, ist grad nicht dein Ernst Warte, Mann, ist grad nicht dein Ernst Warum Hau dir die ganze Zeit ab? Oh, geile Musik Gifterlärm. Oh shit. Egal. Die Baumwilzert müssen sich schätzen. Man kann sich auch damit selbst retten. Vorm rausfliegen. Wenn du quasi schon zwei Sprüngen gemacht hast. Und mit der Baumwilzert rausgehst. Und die Baumwilzert explodiert. Dann guck, dann trifft dich selbst und hast dann wieder zwei Sprüngen. Ist da eine Bombe? Ja, ist es. Und Link hat eine andere Bombe. Bei dem wird das eigentlich nicht mehr. So, Ratalos. Was ist jetzt mit dir? Willst du kämpfen oder nicht? Ratalos! Wollen sie kämpfen? Oder wollen sie es lassen? Bis jetzt denn? Nein, im Ernst. Hä? Der muss irgendwann mal hier kommen. Aber der hat keinen Bock, wie es aussieht. Warum hat Ratalos Angst vor uns? Ich check das gerade nicht. Jeder auch jetzt. Ich muss keine Nervensegel. Ich fühle mich gerade so verarscht. Bei sowas fühle ich mich so verarscht. Ich bin mir ganz sicher, ich muss irgendwas machen. Okay. Ich konnte dann nämlich irgendwo A drücken oder so. Also auch, ich muss doch gleich irgendwie mit der Map intergehen. Ich fühle mich aber so legit verarscht vor. raus. Ich fühle mich mal hier. Ich fühle mich mal hier. jawohl komm her Junge komm du nur her Alter Aratholos wie geil wie geil alles gemacht bitte man es ist so geil so was kliebelig Puche smash du Aratholos guck mal bitte wie brutal aussieht wie brutal aussieht unglaublich Aratholos oh oh nein warum hab ich das gesinnt ich wollte das nicht skippen ich wollte das nicht skippen nein ich will hier raus ich wollte das nicht skippen mann warte kurz ich will das wiedersehen ich dachte ich wäre direkt kampfbereit also ich wollte runter A drücken runter B habe ich gedrückt für meine Bombe ist das eine Bombe? aber ich will sowas sehen ich will sowas sehen auf jeden Fall komm jetzt warte los wir fahren von neu an wahrscheinlich fliegt er nur hinein aber egal ich will das auch sehen sowas yeah oh mein Gott oh mein Gott Geil Geil was er kann es auch paralysieren das ist wie ein Asterda ich kann auch sein äh sein Schwanz abschneiden ja ja hab schon richtig gesagt es geht in Asterda Asterdas Fein ist nein nein oh oh du hast dich nein oh AHHHHH Ah Ich bin da ein Jägerhürmer, komm her. Bogey. Oh, Schildy! Oh, Schildy! Please, einen Schildys! Ey, das ist so geil gemacht einfach. Falle! Nein! Nein! Oh! Ja, geht schon mal. Sein Swans ist ab. Bombe. Oh oh. Ist da eine Bombe? Was? Oh mein Gott, wie schnell er auf einmal kommt. Oh oh. Ah! Ist da eine Bombe? Ist da eine Bombe? Nice! Oh, der ist paralysiert! Renn! Schildy! Bam! Oh oh. Nice! Wie geil ist das eine Looten? Wie geil. Oh, Rathalos. Wieso ist das so ein Müllhaber? Wow, zwei Sterne. Verstärkt leicht Angriffe. Und Items in der Luft. Ah, nein. Ich glaube. Die hätten ihn ruhig besser machen können. Um jetzt zu sein. Was ist denn das jetzt? Komm bitte. Was ist denn das für ein Move? Die hätten ihn ruhig besser machen können. Geil. Guck mal. Darf ich ihn looten? Ey! Geh geht. Passiert irgendwas? Sicherlich. Aber was? Hat Spaß gemacht, Jungs. Und girls. Wir sind jetzt nicht. Spaß. Okay. Jetzt können wir legit schon zu ihm. Krass. Und wir machen uns auch auf jeden Fall nix partiert auf dem Weg zu ihm. Okay. Wobei wir noch nicht alles gehört haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Öh? rein zurecht? waaaah. Na, ne is mi leid? UndScript. Doch dakach auf. ! Ich bedeutet das einfach nicht zu ihm, aber wir sind. s weiß. Viele, viele, sind nicht. Ich glaube ich. waarom ist die das sehr genau. sehr so sehr so jedenfalls wollen lasst uns diesen geiste noch holen und dann ich glaube ich nehme trotzdem die rute mit dem zug ich würde gerne wissen was kommt ich würde gerne die komplette maps sind um es so zu sagen war das meine map Ja Freunde, soviel zu diesem Part eigentlich auch. Ey, und dieser Part war geil, die haben raterlos gedappt, Tuning geholt. Ab nach Hause bitte. Richtig cool auf jeden Fall. Ich positioniere mich noch hier, gern Ende, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und dann, wie gesagt, machen wir nächstes Mal dort mit den Zügen weiter, weil da bin ich echt drauf gespannt, wo wir dann hinkommen. Hier rechts waren wir, ne? Da waren wir auch schon, ne? Ja, da waren wir eigentlich schon. Und dann, genau, werden wir ab hier weitermachen, Freunde. Wir haben eigentlich Zugführer, ja, ja, deswegen war ich jetzt so oft. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir das ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. And I pull up at your girl, mommy wanna be my work. You a man, bruh, don't you cry. Imma get back after I'm done, I'm done next time you, it won't be alright.